Wenn ihr das noch kennt will, als ihr noch was guter hier diese habt. Nie wieder. Oh, nie wieder. Naga, wir gehen mal. Also, viel Spaß, Jungs. Viel Spaß. Ja, dankeschön. So. Willkommen. Bin ich jetzt alleine oder machst du es mit uns zusammen? Nein, ich mache es mit dir zusammen. So. Hier haben wir Tortadiego. Und Tortadiego hat dieses Spiel, glaube ich, seit einigen Wochen und Monaten nicht mehr angepasst bis auf heute. Ich bin gespannt, wie der Run wird. Estimate-Zeit. 38 Minuten. Es ist nett knapp angesetzt, weil seine PB ist, glaube ich, auch nur 37 irgendwas. Gut. Viel Spaß mit Megaman X. Alle, die jetzt noch irgendwie wach sind. Ich weiß nicht, haben wir jetzt so viele Lurker-Exo? Erzähl mir mal jetzt. Wahrscheinlich. Ich gehe noch mal aus. Es ist aber schon 2 Uhr. Freitag, Nacht, Samstag sind die Leute alle nur noch am Besuch. Wie sagt man so schön? Lassen Sie das Leben mal laufen? Oder sind dabei eingeschlafen beim Streamen? Kann ich mir gut vorstellen. Jo. Na guck, ich hätte wirklich Lurk. Genau. So, wir sind bei der Intro-Stage und wir haben diese Bees, also diese Bienen und was wir von diesen Bienen wollen, ist, dass sie uns mit dem Maschinengewehr angreifen, weil sie die Maschinengewehr nur 1 HP Schaden machen und wir uns also durch den Damage an den vorbeischleichen und sie von hinten killen, also so richtig schön in den Rücken reinschießen. Damit wir dann halt in der Ansicht unsere HP runterbringen und gleichzeitig keine Zeit verlieren, wir wollen nämlich am Ende der Stage 3, 2 oder 1 HP haben. Wir gucken mal, ob Total Diego für den sogenannten Taskars geht, also sprich, diese Autos, die schießen einen, können einen auch über diese Schlucht abschießen, das haben sie jetzt nicht gemacht. Und er hat jetzt 2 HP und hat eine Sekunde gespart, weil die Autos halt schneller sind, wenn sie noch einen Fahrer haben. Und jetzt wird er 2 Autos noch killen und dann kommt eine Unscrippable Cutscene, nennt man das, also sprich ein wegdrückendes Ereignis, was man nicht verhindern kann und der würde einen jetzt so lange angreifen, bis man 3, 2 oder 1 HP hat und dann würde er einen gefangen nehmen, da wir schon so wenig HP haben, nimmt er einen sofort gefangen und entweder kann er Out of Space sein, das macht er gerade und das kostet halt 3, 4 Sekunden oder ist direkt bei einem dran. Und das ist das Intro. Easy. Das ist easy. Ja, es ist, wenn man da über der Schlucht zum Beispiel bei diesen Autos abgeknallt wird, dann verliert man mal 40 Sekunden ganz nebenbei. Genauso wie man bei jedem Boss so viel Zeit verliert. Das Beste ist ja, ich meine, Exo, du kennst ja auch unsere Spiele, wenn du so kurz davor bist, diesen Boss zu besiegen und der dich dann genau beim letzten HP dann, er hat noch einen HP, dich dann umbringt und du dann alles von vorne machen musst. Dann verlierst du schon eine Menge Zeit. Ja. So. Wir haben Chill Pinguin. Warum fangen wir mit Chill Pinguin an, Exo? Weißt du, warum? Weil er am schwächsten gegen den Buster ist. Nein. 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 Wir sind ja immer noch langsam. Also wir haben ja Mega Man X. Ach ja, stimmt. Dash, ja, die Upgrades, natürlich. Genau. Also in Mega Man X 2 und Mega Man X 3 gab es oder gibt es den Dash glücklicherweise von Anfang an. Mega Man X 1 hat man aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, du musst dieses Upgrade, dass du schneller sein kannst, musst du dir holen. Das ist halt ein Chill Pinguin. Deswegen muss man mit Chill Pinguin anfangen. Und da wir 100% spielen, müssen wir auch später nochmal hierher kommen, weil wir haben hier ein Herz, was wir nicht bekommen können, weil wir haben nicht den Fire Wave, das Feuer, was wir später von dem Elefanten, dem Toreu-Man kriegen. Blame Mammoth. Blame Burning Numanda heißt er auf jinesisch. Japanisch-chinesisch. Japanisch. Und Exo, warum glaubst du denn, spielen wir denn auf den japanischen Text und nicht auf dem englischen Text? Weil die Texte einfach schneller sind, beziehungsweise kleine Textboxen. Genau, die Textboxen halt in der Hinsicht haben nicht die Schriftzeichen, sondern sie haben nur Symbole, die aber eben Worte darstellen. Und deswegen ist die Textbox bei diesem Spiel natürlich deutlich kürzer, als wenn man halt die englische Fassung hätte. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine deutsche gab. Aber auf jeden Fall spart man alleine dadurch, dass man die andere Version spielt, 13 Sekunden. Und jetzt haben sie einfach mal das Layout, glaube ich, verändert. Ein bisschen. Und das finde ich, ich glaube, ich weiß warum, und das ist das Lustige, wenn man halt einen Online-Marathon macht, ist, dass natürlich die Streamer für diese Sachen selbst verantwortlich sind. Und was er wahrscheinlich aus Versehen gemacht hat, ist, weil er die Hotkeys nicht ausgemacht hat, er hat seine Scene gewechselt bei OBS. Ah, ja, jetzt ist er weg, okay. Also geht man mal ganz stark nochmal raus, dass er aus Versehen die Hotkeys offen hat und mit einem bestimmten Tastenknopf die Scenes wechseln kann, dass er aus Versehen gedrückt hat, weil er, keine Ahnung, vielleicht mit dem Controller auch gleichzeitig noch irgendwelche Sachen drin hat. So, das ist hier Chill Pinguin. Und Chill Pinguin wollen wir, dass er nicht slidet, sondern dass er uns attackiert, entweder mit Eisblöcken oder uns einfrieren will. Also gute RNG bisher, weil immer dann, wenn er auf uns, also wenn er slidet, wie er das gerade ist, ist er unverwundbar. Und wenn er das zwei miteinander macht, dann ist das auch, es ist halt RNG, nennt man das. Und was ist RNG? Random Number Generation. Genau, Random Number Generation. Das bedeutet also, jedes Mal, wenn der Pinguin eine Aktion durchführt und man ihn angreift, kann er eine weitere Aktion durchführen, die entweder dieselbe ist oder vergleichbar ist oder was auch immer. Also sprich, man weiß nie, was er macht. Und es kann sogar theoretisch sein, anhand der Wahrscheinlichkeiten, dass diese Unverwundbarkeitssituation, die man gerade zweimal hintereinander hatte, bis zu acht oder zehnmal hintereinander passieren könnte. Das Maximale, was man mal gesehen hat, waren viermal, also sprich, dass er viermal nicht angreifbar war. Aber ja, also RNG ist ein großer Faktor in vielen Spielen, auch bei Mega Manics und kann dazu führen, dass man bis zu 40, 50 Sekunden nur verliert, weil der Boss in eine Unverwundbarkeitsphase geht oder nicht angreifbar ist. Also das ist ziemlich riskant und ist auch ein großer Grund, warum man dann sehr oft zum Beispiel wieder von vorne startet, also sprich, den Run resettet. Und das kennst du ja auch ziemlich gut, weil du ja auch gerade in so einem RNG-Festival-Spiel drin hängst. Ach, ein bisschen. Genau. Und es gibt zum Beispiel auch Runs, auf Sega zum Beispiel gibt es auch, Rainstar heißt dieses Spiel und das ist so ein Stern, der sieht aus wie so ein Stern mit Händen. Und bei 100 Prozent zum Beispiel macht die RNG dann zweieinhalb Minuten aus, ob man gute RNG oder schlechte RNG hat. Das heißt also, wenn man schlechte RNG hat, dann kann man zweieinhalb Minuten langsamer sein und wenn man das zum Beispiel gegen jemand anders spielt, also raced, dann ist oftmals die RNG entscheidend und manchmal gar nicht die Execution, also sprich, die Ausführung, die man gerade sieht. Was wir jetzt hier sehen, ist ein spezieller Trick, den man nur bei dem klassischen Mega Manix hier machen kann, also das Remake, was es gibt, kann man das nicht machen. Das nennt sich das sogenannte Ice-Less, das heißt also, man kriegt dieses Herz mit einem Pixel-Perfect-Jump. Das heißt also, man muss in einer ganz bestimmten Richtung abspringen und kann dieses Herz nur aufgrund von viel Training bekommen. Ist eigentlich nicht intended gewesen, also nicht, das Spiel wollte das nicht, aber man hat Speedrunner, hat man das herausgefunden und was der Totaljäger gerade versucht hat, er hat versucht gerade den Bumakowenga in eine, in einen Tanzen zu bringen, also sprich in einen Tango, aber leider hat das nicht gemacht, jetzt muss er einen Casual spielen und das ist halt komplett RNG, das heißt, entweder greift er einen an mit Bumerang, bis er 50 Prozent der HP runter hat und wenn man in der Mitte jetzt stehen bleibt, dann kann er eigentlich einen nicht mehr greifen und ein weiterer, also wenn er nochmal gegen ihn gesprungen wäre, wäre er tot gewesen, aber er hat es geschafft. Nice. Hat First Try Ice das geschafft, das ist also sieben Sekunden Vortrag gegenüber der Ice-Full-Route, es gibt zwei verschiedene Routen, es gibt einmal die langsamere Route, das ist halt, da holt man sich das Ice zuerst und macht dann eine Plattform und holt sich dann das Herz so oder man macht diesen Trick und die Ice-Less-Route hat, wenn man es richtig macht, First Try und hat man 30 Sekunden, kann man sparen gegenüber der anderen Route, was natürlich eine Menge Zeit ist und ja, es hat meine First Try-Tricks, jetzt kommt der Run-Killer, die Run-Killer-Stage. Sowieso. Und jetzt kommt der Carpet, der Magic Carpet ist folgendes und zwar, man nimmt jetzt dieses Herz und wenn man im richtigen Moment unten auf den Boden springt, kann man eine Plattform von rechts in diesen Bumerang spawnen, was er leider nicht geschafft hat und kann mit dieser Plattform dann durch die ganze Stage durchfliegen, was 13 Sekunden ausmacht am Ende, aber man hat nur einen Versuch, weil man kann es nur bekommen, wenn man dieses Herz einsammelt, also sprich, man kann das dann nicht normal probieren, also es ist nur einmalig dieser Versuch und wenn man es halt nicht schafft, dann ist man 13 Sekunden langsamer und geht die normale Route. Aber ja, natürlich, Exos hat gerade Run-Killer für vor allem Casual-Spieler, also man wird dann sehr oft bei diesen Plattformen vorsichtig versuchen, vorwärts zu kommen und dann sind immer diese Feuer- und Flammenwerfer, diese rotierenden Turrets nennt man sie und das Spiel ist so aufgebaut, dass wenn ein Turret verschwindet, der nächste wieder auftaucht und deswegen, wenn man dann einen bekämpft hat, ist dann zwei Plattformen später dann der nächste wieder da und da kann man dann schnell mal in den Abrund geschickt werden vom Spiel und deswegen ist das für Exos auf jeden Fall Thema Run-Killer. Es sind halt eine Menge offene Stellen, die dazu führen, wenn man runterfliegt, weil man ist ja auf einer Flugbasis und muss jetzt hier in dieses Schiff rein. Blümster Boss ever. Also Storm Eagle ist halt der Run-Killer-Hochzehen. Genau, der Storm Eagle ist ein Vogel und wir nennen Birds are jerks, gerade bei Mega Man X, weil die Vögel halt extrem krasse RNG haben, die dazu führen kann, dass man extrem viel Zeit verlieren kann. Er hat eigentlich ziemlich gute RNG. Ja genau, er hat gute RNG, weil der Igel halt kann auf dem Boden bleiben, kann nach oben gehen und Kinder werfen oder was er jetzt macht. Er kann halt Diven, das heißt, er kann einen attackieren mit seiner Schnauze voran, sag ich jetzt mal. Boah, vier Dives schon bitter. Ne, drei waren es, aber ist okay. Ist auf jeden Fall eine bessere, also glückliche, guter Pattern, weil es kann auch sein, dass er direkt nach dem dritten Treffer nach oben geht und dann neun Dives macht und dann wieder runterkommt und wieder hochgeht. Also man kann bei diesem Boss locker 15 Sekunden verlieren, nur weil das Spiel ist bestimmt, sagt man so schön, ne? Ja. So, und dann kommen wir hier zu deinem Tyrell-Menschen, dem... Flame Mammoth. Flame Mammoth, genau. Wir sehen natürlich immer die japanischen Namen, der Burning Nomanda heißt er hier oder eben der Storm Eagle. Das ist ein sehr interessanter Name auf jeden Fall in der japanischen Version. Interessant ist natürlich auch, du musst auch gar nichts japanisch wissen, also du musst kein japanisch können, weil komischerweise Game Start und Passwort und alles auf Englisch geschrieben wurde. Das heißt, du kannst dieses Spiel ganz normal auch spielen, selbst wenn du kein japanische Kenntnis hast. Die einzige, du verstehst halt nicht, was die Textboxen sagen, aber du verstehst das komplette Spiel. Die Waffen werden auch auf Englisch dargestellt, also es gibt keine Schriftzeichen oder so, wie bei anderen japanischen Spielen. Da gibt es ja solche RPGs zum Beispiel, Super Mario, RPG oder, 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 die halt komplett auf japanisch gespielt werden müssen, weil halt die Texte schneller sind. Aber da halt in diesem Spiel hat man halt komplett darauf verzichtet und kann wirklich komplett mit Englisch, also das einzige, was nicht Englisch ist, sind halt die Textboxen. Alles andere ist auf Englisch geschrieben. Jetzt versucht er dieses Herz hier zu holen mit dem Boomerang, das hat auch bekommen. Oh, schön. Zweiter Versuch. Und die Kombination von diesen drei Tricks, die wir gerade erklärt haben, macht halt eine Zeit von 30 Sekunden aus gegenüber der etwas langsameren Route. Es gibt sogar noch eine härtere Route, die nennt sich Chameleon Third, also sprich, da gibt es einen Boss, den den Chameleon und den macht man als Dritten. Und da holt man sich dann dieses Herz mit diesem Trick, den man gesehen hat oder versucht gerade zu machen in Storm Eagle. Das heißt, man versucht den Boomerang, das Herz in dem Fall in den Boomerang zu bekommen, indem man eine, man bringt einen Waffenenergieauffüller oder einen Herzenergieauffüller dazu, dass er im richtigen Moment in einen sozusagen aufgenommen wird. Und dann kriegt man in diesem Boomerang eventuell das Herz, was da weit weg ist, was man niemals erreichen würde und kann dann halt die Unverbundbarkeit mitnehmen, weil jetzt haben wir nämlich den Buster-Upgrade. Und mit dem Buster-Upgrade können wir jetzt auch die normalen Waffen aufladen, also sprich, stärker machen. Gamesound? Ist kein Sound dabei? Kein Gamesound? Wir wollen noch hören. Also im Mainstream ist der Gamesound da. Ich habe ihn gerade gehört. Aber ich habe ihn gemutet, damit ich nicht permanent gegen Tortadiego reden muss. Deswegen. Also er kommentiert das gerade selber. Oh, das ist mit einer der Stage mit der gelbsten Musik, ne? Genau. Spark Mandel, einer der Favorite Songs von allen Leuten, die die Megaman X-Reihe kennen. Gibt halt so ein paar Tracks, die halt auch extrem rocken, sagt man so schön. Und dazu gehört dieses auch auf jeden Fall. Also mein Favorite Soundtracks hier bei Megaman X sind wirklich Stormy Gloom, Spark Mandel. Genau. Und auch einer der Gründe, warum Megaman halt so beliebt ist, auch nicht nur wegen des Spiels und des Systems, ist tatsächlich auch die Musik. Auch bei den klassischen Megamans gibt es sehr coole Tracks. Definitiv. Und Megaman ist halt wirklich auch bekannt dafür, dass eigentlich keines der Spiele nicht irgendwelche einprägende Tracks hat, also die man sozusagen auch mitsummt oder die man immer wieder hören möchte oder die man toll findet, wenn man es durchspielt oder wenn man es wieder spielt. Selbst die Speedrunner sagen auch, das ist mein Favorite Song, also das ist mein Lieblingssong. Und Spark Mandel gehört bei Megaman X definitiv dazu. Genauso wie du schon gesagt hast, Storm Eagle ist auch sehr beliebt. Hier holen wir uns halt auch wieder das Herz mit dem Boomerang. Oh, da wurde der Boomerang vom Gegner abgefallen. Genau. Das kann passieren, dass der Boomerang wirklich in diesem Motorcycle-Typ hängen bleibt und dann natürlich der Boomerang als Schaden geht für diesen Motorrad-Typen und dann das Herz natürlich liegen bleibt, weil der Boomerang dann aufgelöst wird. Und dann bleibt das Herz einfach liegen. Aber das kann ja mal passieren. Und jetzt haben wir hier Spark Mandel und Spark Mandel kann einen, also die meisten Bosse haben drei oder vier Attacken. Und was wir bei Spark Mandel nicht wollen, ist, dass er einen attackiert mit der Faust. Wir wollen, dass er entweder springt oder diese Sparks macht oder dass er zu uns springt. Und das ist der beste RNG. Und das war ziemlich gut. Und dann kommen wir jetzt zu Armored Amadillo. Wie was passieren kann, der Wertrekord liegt, glaube ich, bei 32 Sekunden, dass er die ganze Zeit rumrollt in seinem Raum, ohne angreifbar zu sein. Also RNG kann extrem negativ sein. Mein Freund Poison Curls hat den aktuellen Wertrekord in Neverending Roads, also sprich 32 Sekunden lang musste er warten, bis er angreifen konnte. Und wenn man das dann mal sieht, dann denkt man auch, okay, was passiert hier gerade? Ziemlich flotte Stage. Dadurch, dass wir den Dash haben, natürlich auch sehr cool zu sehen oder anzuschauen. Weil das Spiel natürlich, wenn man sich vorstellt, wenn man diesen Dash, also sprich dieses, das ist diese Aktion, die der Spieler macht, wo er sich nach vorne lehnt, wenn man das nicht hätte, wie langsam das Spiel eigentlich wäre. Wenn man also nur laufen würde. Das heißt halt, in der Sicht, deswegen geht man auch zu Chippingen zuerst, um dann einfach Geschwindigkeit aufzunehmen, weil man ansonsten halt diese Intro Stage Geschwindigkeit die ganze Zeit hätte. Und da kann man sich vorstellen, dass der Run wahrscheinlich nicht 38 oder 37 Minuten dauern würde, wenn man alles einsammelt. Hier wieder den Bumerang. Also Bumerang ist ein ganz wichtiges Item hier, um auch viele Herzen einzusammeln. Und jetzt halt in der Hinsicht, warum er jetzt springt, ist die einfachste Begründung. Wenn er nicht springen würde, würde er Vögel spawnen, die du da gerade siehst. Und ich hoffe, er hat gerade diese HP-Kapsel oben gesehen. Willst du denn erklären, warum es denn so wichtig ist, dass... Und ich krieg's nicht mehr zusammen, bin ich ganz ehrlich. Ich meinst, man muss siebenmal sterben noch später. Siebenmal? Naja, ein bisschen viel. Wie auch was denn da? Viel Krimmer oder irgendwie sowas? Viermal, also man muss, eigentlich muss man nur dreimal sterben. Und man will diese HP deswegen sehen, weil das dann als sogenannter Visit, also als Besuch gilt. Und man muss fünfmal diese HP sehen, damit man eine spezielle Kapsel spawnt, die als One-Hit-Killer dann fungiert. Also sprich ein Gimmick, was Capcom eingebaut hat. Anlehnt zu Street Fighter 2. Hadouken. Hadouken, genau. Und den Hadouken kann man erst dann einsammeln, wenn man alle Bosse besiegt hat, alle extra Sachen eingesammelt hat. Also sprich Herzen und Subtank, das sind die Reserve-Tanks. Und dann fünfmal diese HP insgesamt gesehen hat. Das Gute ist, man kann diese Revisits, so nennt man sie, also diese Visits auch vorher schon sehen. Also sprich, deswegen war es wichtig, dass er eigentlich diese HP gesehen hat, weil dann hat er dadurch einen Visit schon mal geschafft und braucht nur noch vier weitere. Und wenn er dann das fünfte Mal das sieht, dann halt in der Ansicht wird diese Kapsel gespawnt. Und wir haben, wenn wir anfangen mit dem Spielen, haben wir zwei Leben und spielen ein drittes Leben selber. Wir bräuchten also immer ein Extra-Leben. Aber das Gute und Glückliche ist, dass wir in der Chameleon-Stage auf dem Weg, ohne irgendwie Zeit zu verlieren mit dem Boomerang, ein Extra-Leben einsammeln können. Was diesen Run nicht A&G-lastig macht, weil sonst müsste man unterwegs ein Leben einsammeln. Oh, stell dir das mal vor, ey. Das wäre schon bitter. Das wäre pure A&G. Also das wäre dann wirklich Glück, dass man dann hofft, dass man bis dahin ein Extra-Leben einsammelt. Es gibt noch ein Extra-Leben, was auf dem Weg liegt bei Storm Eagle. Aber das ist halt ein bisschen schlechter zu bekommen. Aber ich glaube, für Speedrunner, wenn es das wirklich nicht gäbe, dieses Extra-Leben, was auf dem Weg liegt, dann würde man halt hoffen, dass irgendwann mal einfach ein Leben droppt. Zum Beispiel am Anfang beim Intro oder bei Chipping Wing. Und dann keine Zeit zu verlieren. Aber ja, das wäre dann wirklich Katastrophe. Und wie man sieht, benutzt Storm, benutzt Torta Diego jetzt hier den Charge-Tornado und ähnliches. Das ist die stärkste Waffe. Und hat einen Gegner zum Beispiel im Boden schon gekillt. Und ja, ist jetzt bei Mr. Launch Octopus. Und der kann auch einen sogenannten Infinite Whirlpool machen. Also die ganze Zeit nach oben gehen und nicht angreifbar sein. Wir wollen, dass er einfach unten bleibt und seine Waffen schmeißt und rumspringt. Aber wir wollen nicht, dass er nach oben geht und uns wie eine Art Sog zu sich zieht. Und das Leben absorgt. Und sich wieder auffüllt tatsächlich. Theoretisch. Theoretisch. Genau. Aber er hat glücklicherweise nichts gemacht, außer rumzustehen und rumzuspringen. Und das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Stage der Eight Marics, bevor wir uns dann in die anderen Stages nochmal begeben und alles einsammeln. Was ich ja lustig finde, dass bei Octopus zum Beispiel mit dem Bumerang die Tertakel abschneiden kannst und so Sachen. Genau. Die Spieldesigner haben einige Gimmicks eingebaut. Verbindungen zu Stages. Das heißt, wenn man Launch Octopus besiegt, hat diese Stage jetzt Wasser. Dadurch kann man das Herz relativ leicht bekommen, was man vorher nicht hätte bekommen können. Dadurch, dass Storm Eagle das Schiff abstürzt, hat Sparkman nur weniger Strom zur Verfügung, weil sonst ist die Stage ziemlich doll erleuchtet. Es gibt auch so elektronische Dinger, die auf dem Boden hin und her düsen, die dann komplett ausgeschaltet werden. Also sprich, man hat bestimmte Stages miteinander verbunden. Zum Beispiel auch, wenn man Chill Penguin besiegt, ist Flame Mammoth komplett vereist, was vorher auch nicht wäre. Also wenn man mal gerne die Flame Mammoth Stage im Normalen sehen will, dann muss man mal die einfach spielen, ohne mit Chipping in Folge gespielt zu haben, damit man dann sieht, wie viel Feuer da rumfliegt und wie viel Lava rausgeschossen wird. Also es ist ganz interessant gemacht auf jeden Fall, dass die... Zum Beispiel nicht, dass die Stages auch ineinander greifen. Ja, genau. Also es gibt einige Stages, die miteinander verbunden sind. Das ist, wie ich schon gesagt habe, Launch Octopus bringt dazu, dass wir hier Wasser bekommen, wo wir jetzt halt relativ einfach dieses Herz bekommen, was man gleich sehen wird. Dieses Wasser wäre vorher nicht da gewesen und ist jetzt nur durch die Launch Octopus Besiegung da. Chipping hat halt, wie gesagt, Kontakt zu Flame Mammoth und Sparkmanville und Storm Eagle. Und das sind auf jeden Fall nette Gimmicks, die man natürlich nicht weiß, gerade wenn man Casual spielt, dass die miteinander verbunden sind und man sich auch zum Beispiel fragt, wie komme ich denn da etwas ran und so weiter. Und hier ist dieses Leben, was ich gerade erzählt habe, was auf dem Weg ist, wo wir nicht mehr Zeit verlieren, dass wir dann drei Leben haben, damit wir dann am Ende mit genau null Leben in die Endboss Stages gehen. Und ja, wer ganz sicher sein will, bei Marathons kann sich dann einfach umbringen, nachdem er den Hardogen bekommt, da verliert er zwei Sekunden. Die Runner sind aber meistens so gut, dass sie sagen, okay, ich spiele jetzt mit null Leben einfach zu Ende und werde trotzdem nicht sterben. So, und dann sind wir auch schon bei dem härtesten Boss ever. Also ich glaube, der Exo könnte auch den jetzt hier einigermaßen spielen. Ich habe selber versucht zu runnen. Genau, aber ich glaube, selbst diesen Boss würdest du hinbekommen. Den habe ich auch hinbekommen, ohne Probleme. Genau, weil selbst als Sechsjähriger versteht man, okay, man trifft ihn, man schlägt in jede Richtung und es funktioniert. Und der einfachste Boss überhaupt zusammen mit Sparkman, wo man ihn immer ein-eist, aber gut. Jetzt in der Hinsicht haben wir die acht Barrax besiegt. Aber wir sind noch nicht fertig, weil selbst wenn uns jetzt unser Partner sagt, wir haben die, wir haben, wie bei Dr. Weidi immer, wir haben die Festung gefunden und lass uns hingehen. Und Zero geht schon vor und X sagt, nee, ich muss aber noch was holen. Das ist so völlig unlogisch. Ich habe da was vergessen. Völlig unlogisch, ja. Also wir müssen jetzt also tatsächlich nochmal alles einsammeln, während Zero wahrscheinlich da schon gekillt wird, so nach dem Motto. Aber ja, wir holen uns jetzt das Herz hier bei Chill Pinguin, weil wir jetzt die Feuerwaffe haben. Und das macht 40 Sekunden aus. Und wer weiß, vielleicht in fünf oder zehn Jahren hat man vielleicht irgendwann mal herausgefunden, wie man dieses Herz auch ohne diesen Revisit, also sprich dieses nochmal hindüsen bekommt, was dann dazu führen würde, dass man wieder 40 Sekunden weniger hat. Weil über die Jahre ist natürlich auch die Zeit immer weiter gesunken, während zum Beispiel, glaube ich, 2010, 2012 die Weltrekordzeit 36 oder 37 Minuten waren oder vielleicht auch 38, sind wir mittlerweile bei 34 Minuten, 57 Sekunden für 100 Prozent. Also sprich, ein Runner, der Wertrekordhalter, Walrus Prime, ist sogar unter 35 Minuten gekommen durch die ganzen Tricks, die ich gerade erzählt habe. Und wenn man dann zum Beispiel es irgendwie schafft, dass man nicht in Chill Pinguin nochmal rein muss, das ist übrigens das extra Leben, was zu mir gibt, und hier diese Revisit nicht machen müsste, dann, wer weiß, kann man vielleicht 100 Prozent irgendwann mal auch unter 34 Minuten bekommen. Also das Interessante bei den meisten Spielen ist ja auch, dass man immer viele Sachen zufällig entdeckt. Also wer weiß, vielleicht findet irgendjemand zufällig auch die Möglichkeit, dann bestimmte Sachen hier nicht machen zu müssen, die man aktuell machen muss. Man hat zum Beispiel diesen Isis Jump auch gefunden, der vorher nicht bekannt war, der dann auch Zeit gebracht hat. Man hat es mit dem Boomerang zufälligerweise gefunden. Es gibt einen Speedrunner, der hat durch Zufall, weil er halt ein Item gehabt hat. Also er hatte einen Boomerang, einen Gegner geklärt, ein Item. Und dann hat er die Tür von Stink Chameleon auf einmal dann woanders gespawren lassen, weil er mit dem Boomerang die Tür in seinem Boomerang gespawren hat lassen. Und er wusste gar nicht, was da los ist, weil er konnte nicht mehr in die Tür rein. Dann hat er verstanden, dass da man mit dem Boomerang also tatsächlich andere Items auch spawnen kann, wenn man im richtigen Moment in der richtigen Position ist. Und das macht man sich hier bei Mega Man X halt zunutze, wie zum Beispiel mit der Plattform. Oder hier kann man auch den Subtank in sein Herz spawnen. Oder bei Chameleon kann man dann das Herz auch spawnen in seinem Boomerang mit einem Item, was man vorher einsammelt. Also viele, viele Tricks. Ich würde jetzt schon Glitches sagen, die man da macht. Und ja, der Tor-Tadrejo bringt sich jetzt halt um, weil das ist die schnellste Variante. Ein Casual-Spieler würde wahrscheinlich immer hingehen, sich die HP holen und dann in die Tür reingehen und wieder rausgehen aus der Stage und wieder reingehen. Aber die schnellste Variante, die man machen kann, um diese fünf Male abzuarbeiten, ist, dass man immer diese HP sich anschaut, also wenigstens ein bisschen auf dem Screen hat. Dreimal am besten. Und einmal hat man es ja schon vorher gemacht. Und dann beim vierten Mal jetzt wird die Kapsel spawnen, wo Dr. Light, unser Erfinder, uns sagt, du bist ein toller Typ und deswegen zeige ich dir jetzt mal, wie du Feuerbälle schmeißen kannst. Und dann bekommen wir den Hadouken. Das ist derselbe Input wie bei Street Fighter. Und zwar von unten nach rechts oder von unten nach links, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Und der Hadouken ist ein Instant Kill. Also damit kann man alles Instant Killen bis auf zwei... Du hast so ein lustiges Rhyton-Rio-Outfit. Genau. Das ist, wie gesagt, ein Gimmick, damit man versteht, was man gerade macht. Und dann wird das auch vom Spiel gezeigt, dass man den Hadouken hat. Und dann geht man halt aus der Stage raus, weil man hat die Stage schon besiegt, deswegen kann man auch sofort die Stage verlassen. Stages, die man noch nicht besiegt hat, kann man nicht sofort verlassen. Deswegen für den Fall, dass man irgendwie raus müsste, könnte man das nicht. Und jetzt geben wir tatsächlich einen Folgen Zero, der da schon seit 30 Minuten kämpft mit den Gegnern und sagt, jetzt haben wir die Fortress gefunden. Also sprich, wir haben jetzt hier die Festung gefunden. Und warum Tortadeo jetzt mit Absicht in die Gegner reinspringt, ist, er will seine HP runterbringen, weil es kommt zu einem erneuten Fight mit Weil, also den, den wir im ersten in der Intro-Stage hatten, wo wir uns auch HP-mäßig runterbewegt haben. Weil, ja, wieder eine gleiche Situation. Sollten wir nicht weniger als sechs haben, also sechs oder weniger haben HP, müssten wir warten, bis Weil uns in diese HP bringt, bevor er uns gefangen nimmt. Aber wir haben jetzt sechs HP. Und wir haben jetzt hier einen sogenannten Weisskip. Also wir haben jetzt dafür gesorgt, dass das Spiel verbirrt wird. Weil eigentlich, wenn wir auf den Boden kommen, vor der Tür kommt Weil und Zero und die reden miteinander und gehen in die Tür rein. Aber da wir einfach den Boden nicht berühren, haben wir jetzt einfach mal alles zusammen, nämlich diese Textboxen und alles sozusagen verkürzt. Und da brauchen wir Rolling Shield. Und dadurch sparen wir halt auch wieder 15 Sekunden, anstatt der normalen Weise, wie man das hätte spielen müssen. Das sind halt die ganzen Speedrun-Techniken, die man mit der Zeit herausfindet. Wie man diese ganzen Sachen herausgefunden hat, frag mich nicht. Ja, das ist halt echt interessant. Vor der Bostür einfach über die Wand rüber zu springen, um den Trigger zu skippen. Genau. Und jetzt kommt zum ersten Mal der Hadouken, den man auch einsetzt. Und den Hadouken kann man nur einsetzen, wenn man, wenn seine, also wenn die Links, sieht man ja diese HP-Leiste von Megaman X mit dem X da drauf. Die kann man nur einsetzen, wenn man voller HP hat. Das heißt, sollte man Treffer bekommen, kann man den Hadouken nicht mehr einsetzen. Man hat aber Reserve-Tanks und für den Fall, dass man halt in der Ansicht die HP verliert, also sprich einen Hit oder einen Treffer bekommt, dann kann man die Reserve-Tanks benutzen. Und ja, eine ziemlich starke Waffe, die aber überhaupt keinen Schaden macht, ist der Seasting-Charge. Dadurch wird man unsichtbar und kann halt diese ganzen Gegner skippen, was wir auch sehr gerne machen. Hier ist Kowenga. Und Kowenga war nett zu uns, der kann nämlich auch einfach vor uns einfach mal teleportieren und nicht getroffen werden. Hat er nicht gemacht und das ist immer ein erleichtertes, eine erleichterte Situation als Speedrunner, wenn er dann nicht einfach abhaut. Und jetzt kommen wir zu Bow Spiler. Und wie ich schon gesagt habe, der Hadouken macht 32 HP Schaden und bis auf zwei Gegner im ganzen Spiel, die wir aber nicht mehr treffen, sind alle Gegner Instant Kill. Dazu gehört auch hier Bow Spiler. Und da wartet man, bis dann das Auge aufgeht. War gerade ein Lemon-Hadouken, das heißt, er hat einen Schussfeuer abgeschossen. Glücklicherweise hat er nicht den Bow Spiler getroffen, die Bow Spiler, das ist ja eine Sie, sondern die Rüstung und danach das Auge. Lemon-Hadouken bedeutet, man schießt aus Versehen einen Schuss vorher ab und dann den Hadouken. Meistens sind dann die Gegner durch den Schuss in sogenannte Eye-Frames, also sprich, sie können nicht mehr angreifbar sein und dann wirkt der Hadouken gar nicht. Der haut dann einfach mal ab und dann kann es sein, dass man getroffen wird und dann vielleicht den Hadouken nicht mehr machen kann, wenn man keine Reserve-Tanks hat. Ich finde es ja so cool, dass Axe auch wirklich dann Hadouken schreit. Genau, Hadouken. Ja, das ist so gut. Das haben sie leider bei X2 zum Beispiel nicht gemacht, da gibt es ja den Shouyuken, da macht er nur den Input des Shouyukens, aber es wäre interessant gewesen, wenn er gesagt hätte, Shouyuken, Shouyuken, Shouyuken. Aber ja, er sagt tatsächlich Hadouken in seiner jugendlichen Form, sag ich jetzt mal. Und man sieht halt, dass man sehr viel den Charged Seasting benutzt, um halt durch Gegner einfach durchzugehen. Der ist dann genau getimt und man benutzt den halt wirklich immer und immer wieder. Das Interessante beim Seasting ist auch, dass man pro Schuss tatsächlich zwei Balken, also ein Balken macht zwei Schuss. Das heißt also, selbst wenn man den ziemlich oft benutzt, hat man dann zum Beispiel, wenn man nur noch vier Striche hat, hat man tatsächlich noch acht Schüsse übrig. Deswegen können wir den relativ oft benutzen, auch wenn die Weakness, also sprich die Schwäche von letztem Boss auch der Seasting ist. Aber solange wir den Hadouken überall benutzen können, macht uns das nichts aus. Und jetzt hat er ungefähr so zehn Striche, das heißt, er hat noch 20 Schüsse übrig. Also selbst wenn er die Phasen jetzt hier nicht mit dem Hadouken hinkriegt, weil dieser Phase hat hier, also der Boss hat zwei Augen und eine Nase und er kann die beiden Augen auf jeden Fall Hadouken machen, hat auch Glück, kann auf jeden Fall einen Hadouken machen und kann das andere Auge jetzt angreifen mit dem Seasting. Ein ziemlich gutes RNG und jetzt muss er nur dafür sorgen, dass er die Nase besiegt, bevor sie nochmal in die Mitte geht. Aber das hat er leider nicht geschafft. Aber ich hatte nur drei Sekunden verloren. Und jedes Mal, wenn man eine Stage oder einen Boss besiegt, startet man am nächsten Stage wieder mit voller Energie. Was glücklicherweise so ist, weil jetzt stelle man sich vor, man müsste mit voller Energie raus und wieder rein. Das wäre nochmal ein bisschen härter. Aber zum Glück startet, also man kann mit einer HP aus der Stage rausgehen, man startet wieder mit der vollen HP. Und was wir jetzt sehen, ist ein Skip, der nennt sich Dillo Skip. Was macht der Spieler? Er benutzt die ICE-Plattform, um in die Tür reingedrückt zu werden. Diese Tür hat eine Kamera sozusagen. Und wenn man dann da hochspringt, beziehungsweise einen bestimmten Trigger überschreitet, dann muss man diesen Boss bekämpfen. Aber da wird die Kamera gar nicht spawnen. Und glücklicherweise, wenn da kein Boss auf einmal auftaucht, wir dann dementsprechend trotzdem diese Türen hinten aufgehen, konnten wir diesen Boss skippen. Hier auch ein richtig cooler Trick, der nennt sich Air-Hadokan. Air-Hadokan bedeutet, hat auch einer herausgefunden. Und zwar kreiert man eine Plattform mit dem ICE, macht den Hadokan-Input, wechselt dann in dem Startmenü in den Buster und drückt dann einfach den Buster. Und dann macht man halt in der Luft, weil natürlich die Waffe verschwindet, die man benutzt hat, den Hadokan. Nennt man dann Air-Hadokan. Ja. Und auch ein Trick, den man herausgefunden hat, wie man diese Sachen alle findet, fragt mich nicht. Das ist halt schon krass. Das kann nicht einfach durch Zufall so gefühlt passieren. Ja, ich glaube, die meisten Leute probieren halt so Dinge aus. Also vielleicht hat da einer gesagt, naja, wenn ich jetzt auf der Plattform mal, probiere ich doch mal den Hadokan da irgendwie zu machen. Und es hat funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Aber der Ditto-Skip genauso. Dann hat einer herausgefunden, die Kamera spawnt immer, wenn ich hochspringe. Was ist denn, wenn ich da irgendwie, kann ich da in die Tür reinkommen, ohne da gespawnt zu werden, dass die Kamera eben nicht auf mich fokussiert wird und und und. Also wie ich schon sagte. Es gibt ja Glitch-Hunter. Also es gibt auf jeden Fall Indizien auch beim Spiel, dass bestimmte Dinge passieren. Und wenn man die vielleicht verhindern kann, dass sie passieren, dann kann man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man halt einen Boss nicht spawnt oder einen Boss in der Luft besiegen kann. Und das ist halt über die letzten, ja, zehn Jahre halt herausgefunden. Ich glaube, die ersten Speedruns von Megaminics gab es so 2010, 2011 fing das so an. Und ja, mit der Zeit haben immer mehr Leute das herausgefunden, Zinger herausgefunden. Und jetzt hier haben wir D-Rex und er hat ihn tatsächlich noch bekommen, bevor er attackiert wurde. Hat er ja versucht, einen Dom Duklin zu machen, also ihn sozusagen zu killen, bevor er hochgeht. Hat er eigentlich geschafft, aber er ist auf einer guten Pace. Hat nur noch einen Boss vor sich, den bösen Sigma. Ja, böse Sigma, der eigentlich ein guter Feuer war, der aber infiziert wurde von unserem Freund Zero. Aber das weiß man alles nicht, weil die Geschichte wird erst später erzählt, nämlich in Megaminics 4, also im vierten Teil. Wir sind gerade im ersten und man weiß halt nicht, warum der böse ist. Und dann wird erklärt, ja, der Zero, also sprich unser Partner, der vorhin explodiert ist, der hat ihm den Virus gegeben, weil der ist eine Kreation von Dr. Whitey und man hat versucht, die klassischen Teile mit den Megaminics Teilen zu kombinieren. Also sprich, dass es eine Geschichte gibt, eine Verbindung. Und auch eine weitere coole Geschichte ist, dass meistens, wenn man den Gegner besiegt und er trotzdem auf was einen irgendwie abfeuert, er dann nicht getroffen wird. Also wir hatten gerade den Hund, der Feuer geschossen hat und da wir ihn vorher mit dem Hadouken besiegt haben, sind wir nicht getroffen worden. Deswegen können wir nochmal Hadouken machen. Und jetzt kommt die letzte Form. Unser, ja, vulgarer, ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Auf jeden Fall ist Sigma jetzt mit einem Wolf verschmolzen und diese Hände sind RNG und der hat den nicht hochgelassen, also sprich nicht auf die Hand gelassen. Und es benötigt 16 Rolling Shield Schüsse. Das ist die Weakness von ihm. Und wenn der letzte Schuss gefallen ist, dann ist es Time. Das sind noch drei Schüsse, zwei, einer noch und Time. 37, 22. No, so sauber. Top Zeit. Unterestimate. Viele würden sich freuen, einen 37 zu haben. Hat er auf jeden Fall einen guten Run dargestellt. Hat auch alle Tricks eigentlich gezeigt. Von der, würde ich jetzt als neutraler Person Rummel sagen, aber gut, das hängt davon ab, ob jemand noch wach ist. Also toller Run auf jeden Fall. Ziemlich gut gelaufen. Ja, gerade wo du sagtest, er hat jetzt schon länger nicht gerannt. Ja, er hat also wahrscheinlich erst gestern oder heute wieder das gespielt, trainiert, vielleicht heute den ganzen Tag. War ein guter Run. Guten Abend. Hallo Mauri. Guten Abend. Dr. Feige Toste. Ich bin auch halbwach. Okay, KKP. Immer wenn ich exklusivliche Stimme höre, geht mein Herz auf. Neue PV? Ja stimmt, neue PV. Er hat eine neue PV geschafft? Neues. Ja, das kann man ja auch mal nebenbei machen, ne? Ja, warum nicht? So, folgt dem Wunder. Insistente Speedruns. Jene Menge Speedruns. Vor allem Wunderboy. Wunderboy ist geil. Ja, wo ich gerade sagen. Wenn ihr Wunderboy lernen wollt, guckt bei Burlington 3. Nein. Doch. Die Musik ist insane, sagt ihr euch. Nein. Folgt bitte auch Torta Diego, falls ihr Megaman X zum Beispiel mögt. Er ist zwar nicht so oft online, aber er hat einen ziemlich guten Run dargestellt. Und hat seine PB um 10 Sekunden verbessert. Wird so geschrieben, wie er im Layout geschrieben wird, ja? Torta Diego, ganz genau. So wird er geschrieben. Stell dir mal einen Shoutout. In einem Live-Speedrun-Marathon meine PB aufzustellen, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Und, ähm, von daher, bravo. Ich muss wieder Krimpeln machen. Mach mal Krimpeln. Es war mir eine Ehre, mit Captain Exo das Megaman X zu machen. Und nun werde ich euch alleine lassen und meinen Schwachsinn weitermachen, den ich den ganzen Tag schon gemacht habe. Ja, drück dir die Daumen. Und ich wünsche allen eine wunderschöne Nacht und, äh, bleib gesund. Ich weiß. Und wir sehen uns dann baden. Oh, ich hab beide angeschrieben. Meldest du hier noch keiner aufdruckt? Gut. Lass mal für den anderen Zeug an. Wir haben ja gerade einen Fühlt vor fünf. Oh, noch mit wenig. Oh nein. Hit me, ey. Oh, das ist, das auch. Ne, verkrafte ich nicht. Das war Nummer eins. Hallo. Hallo, Löl. Und da ist Nummer 2 Ich muss den Namen wieder nachgucken Wieder eine Diva Hat keiner gesagt Nee, kannst du nicht, du bist Nebenkommi Also Exo, auf dich, Nebenkommis zu ärgern Krass So, das ist angepasst Du kannst ja auch Du musst ja ein bisschen nett sein, sonst denken Leute, die müssen mal böse Es ist okay, so Kann ich mir leben Du hast den Wehrwort Ach ja Erzähl mal was Ja Was seid denn alle so maulfaul heute Ich wette mit dir, ich bin schon länger wach als du So ein bisschen aufgestanden Um halber 6 Ich bin so zwischen 4 und 5 aufgestanden Naja, hätte ich jetzt auch gesagt Leider 4 und 5, nachmittags oder was? Wahrscheinlich Ich habe mich im Zorgo hingelegt Die letzte Nacht Und dann 5 wieder raus Ja, PPSST Persönlich Pech Selbstschuld, ja Das finde ich so geil Diese Satz So, noch die Kommis anpassen Da bin ich noch wieder bei Mario Bros. 3 Bei Zorgo, oder? Oder VENI? VENI Viel schlimmer Nein, Quatsch, alles fein Ich habe heute so oft Plattauf